Ich würde mich sehr freuen und ich wäre wirklich stolz, wenn ich ein Teil des Parlaments werden darf, da wo die Geschicke der schönen Schweiz entschieden werden. Ich denke, dass ich ein Gewinn für das Parlament wäre, weil ich als liberal-bürgerlicher Politiker mit Herzblut und Sachverstand an Themen herangehe, die erkenne und auch löse.